Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video Feedback zu Team of the Season Sigurdsson auf meinem YouTube Channel Ja Leute, diese Woche hat uns EA mit einem kleinen Geschenk bzw. einer kleinen Möglichkeit hier Beschenkt? Geschenk beschenkt? Nein, das ergibt keinen Sinn Aber ihr wisst, was ich meine, man konnte sich nämlich in den Daily Knockout Turnieren den Team of the Season Sigurdsson erspielen Und ihr seht, da oben ist er auch bei mir Und im Hintergrund seht ihr halt eben auch die Mannschaft, die ich verwendet habe, um Sigurdsson zu erspielen Das habe ich nämlich am Dienstag im Livestream gemacht, direkt im ersten Versuch, habe ich ihn mir geholt Und heute gibt es das Feedback zu dem Kollegen in der Spitze, ja, als Stürmer und auch im offensiven Mittelfeld Ich habe ihn nämlich auf beiden Positionen getestet und heute möchte ich auch ein bisschen näher erstmal auf die Werte eingehen, ja Und wo er am besten zu spielen ist bzw. was ich von ihm halte Kann man ihn wirklich von Beginn an spielen lassen oder sollte man ihn vielleicht eher als Super-Sub oder sowas bringen? Hat er es drauf oder hat er es nicht drauf, ja, und nebenbei habe ich mir hier Foothead aufgemacht, ja Da sieht man nämlich alle Werte ganz genau und das wird natürlich sehr davon abhängen, wo ihr ihn spielen lassen wollt Und ich habe halt, als ich ihn getestet habe, einige Erfahrungen gemacht, gute, aber auch schlechte Erfahrungen Und da möchte ich euch ein kleines Feedback jetzt hier geben Ihr seht nämlich das Team nochmal, also es ist jetzt kein überragendes Team gewesen Man hat halt ein ganz normales Team gebraucht, ein Gold-Team und man durfte eine Special-Card verwenden, ja Und das bedeutet, in dem Fall habe ich mir halt dieses Team hier zusammengestellt Die Special-Card war hier Coutinho, ja, Coutinho war die Special-Card Vorne war Musa im Sturm, jetzt habe ich halt Sigurdsson da, weil ich ihn halt erspielt habe Und als ich ihn mir dann geholt habe, dachte ich mir, so, jetzt teste ich ihn mal einmal im Sturm Denn ihr seht nämlich hier alleine, hier von den Werten her, dass der einen richtig krassen Abschluss hat 91 Abschluss, ja, insgesamt, eine solide Physis mit 80, tolles Dribbling, tolles Passspiel, ja, Defensivleistung nicht so Bombig ist ja klar, braucht er nicht als Stürmer Und Springgeschwindigkeit geht so Aber den Punkt, also den Punkt Tempo, den kann man beeinflussen, ja, indem man einen vernünftigen Chemistry-Style gibt Ja, und das ist einmal das Erste Ihr seht hier, ich habe ihm Hunter Chemistry-Style gegeben, ja, und hier gibt es nämlich zwei Möglichkeiten Das habe ich danach so herausgefunden, ich habe nämlich drei Games gemacht mit ihm Ihr seht das da drüben auch, drei Spiele, ein Tor Und, ähm, ich muss aber dazu sagen, es steht hier ein Tor Aber als ich gezockt habe, er hatte noch viel, viel mehr Möglichkeiten, ja, das war ein bisschen unglücklich, dass er nur ein Tor geschossen hat Der war schon wirklich auch präsent vorne, aber wann genau er präsent war, dazu komme ich gleich noch Auf jeden Fall, ein Punkt Tempo Chemistry-Style, welchen würde ich da am besten geben? Es gibt für mich nur zwei Alternativen, ja, entweder Hunter, ja, und Hunter würde ich ihm geben, wenn ihr sagt So, den lasse ich knallhart in der Spitze spielen, den lasse ich als Stürmer spielen, ja, dann setze ich ihm Hunter drauf Denn ich kann euch dann bei Foothead jetzt mal erklären, was sich hier alles weiterentwickelt Vielleicht haben einige von euch da noch nicht so den Überblick und ich gebe euch da ein bisschen Feedback jetzt Und zwar hat der Kollege hier, ohne dass er einen Chemistry-Style drauf hat, ja, hat er 73 Antritt und 76 Sprintgeschwindigkeit Das ist auch das größte Manko bei ihm, ja, das zweitgrößte Manko ist die Kraft, die Stärke, hat er 78 Ansonsten hat er 89 Finishing, ja, unglaublich Passspiel hat er auch, alles über 90, Ballkontrolle 92, Ausdauer 92, was ich richtig geil finde, ja Und er ist 1,86 Meter groß und hat hohe Arbeitsraten nach vorne und mittlere nach hinten, also richtig nice Was auch noch ein bisschen schwächelt ist halt, dass er nur 3-Star-3-Star ist, ja Sei es 3-Sterne-Skill-Moves und 3-Sterne auf dem schwachen Fuß Aber ist jetzt nicht so, ja, nicht so wichtig, wenn man ihn einfach nur als Knipser verwenden möchte, der vorne einfach abschließt, ja Oder halt eben die Longshots rausballert Da muss man halt wissen, ja, okay, er ist Rechtsfuß und damit, da ballert man halt auch drauf Ich war mir ja zu Beginn nicht einmal mehr sicher, weil ich mich nicht so mit ihm beschäftigt habe Ist er links oder Rechtsfuß? Eine Zeit lang habe ich sogar geglaubt, dass er mit links starken Fuß hat, aber war kompletter Quatsch Auf jeden Fall Rechtsfuß und um das halt auszubalancen, ja Um zum Beispiel das Manko Pace auszubalancen So, wenn man ihn als Stürmer verwenden möchte, dann klatscht man ihn den Hunter drauf Dann kann ich euch sagen, was sich hier verändert Und zwar hat er dann 88 Antritt und 86 Sprintgeschwindigkeit Das ist schon mal sehr solide, ja, das ist schon schnell, ja Und Finishing 99 dann, 99 Finishing Also von 89 springt der Kollege einfach mal auf 99 Hat 99 Schusskraft, 98 Longshots, also Positionsspiel 99 Er hat einfach unglaubliches, ja, Hunter Potential, Abschluss, Knipser Und deswegen kann man ihn als Stürmer auch spielen lassen, gerade auch, weil er groß ist, ja Man kann ihn als Stürmer spielen lassen Was ich aber gemerkt habe, als ich ihn als Stürmer habe spielen lassen Das einzige Manko war eben seine körperliche Schwäche Er ist zwar groß, aber er hat hier mit Hunter 78 Stärke Und ich habe dann schon gemerkt, als dann ein Smalling oder so dahergekommen ist Ich konnte nicht so vernünftig meinen Körper reinstellen Wie mit einem anderen Spieler, der da körperlich stärker ist Ja, unter 80 ist halt schwer Alles, was über 80 ist, da kann man den Körper vernünftig verwenden Und da wurde ich das ein oder andere Mal abgedrängt Ja, was ich halt öfter gemerkt habe, ist Dass ich dann, wo ich ihn nicht als Stürmer abspielen lassen soll Ich habe ihn dann ins zentrale Mittelfeld gewechselt, also ZOM Dann war er noch viel präsenter, weil er halt sehr gut überlaufen hat Also er überläuft die Spieler gut vom Mittelfeld in den Sturm hinein Und dann kann man gefährliche Pässe in die Schnittstelle spielen Und dann kann er seine Qualitäten ausspielen Ja, nicht wenn man ihn in der Spitze anspielt Und er soll hier Shielding machen und das Ganze Dann wird da weggeputzt wie ein kleines Kind Ja, wenn er überläuft Dann kann er seine Stärken ausspielen Dann war er immer da Dann habe ich so viele Longshots rausgeballert Ich habe unglücklicherweise sehr oft den Pfosten getroffen, leider Und viel zu oft den Torwart Ich habe nur ein Tor geschossen in drei Spielen Aber ich habe sicher, sicher Zehn bis fünfzehn Mal aufs Tor geschossen Also es waren einige Spots da Kann auch sein, dass ich einfach scheiße geschossen habe Und übermäßig viel mit ihm schießen wollte einfach Ja, immer viel zu oft Ihr habt ja auch im Stream gesagt Konzentriere dich lieber Spiel lieber normal Und dann wird er auftauchen Ja, aber natürlich Wenn man den Spieler extra testen möchte Schaut man, dass man auch sehr viel mit ihm macht Ja, deswegen habe ich auch viele Spots geschossen Die jetzt nicht hundertprozentig waren Von daher kann man das nicht genau zählen Aber er war sehr präsent Das muss man schon sagen Gerade auch wegen seiner Ausdauer 92 Ausdauer Dann hat er auch die Spendgeschwindigkeit und den Abschluss So, wenn ich ihn aber im ZOM spielen lassen würde Dann ist mein Rat an euch jetzt Daraus habe ich gelernt Indem ich die drei Spiele gemacht habe Mein Rat an euch Spielt ihn mit Hawk Ja, spielt ihn mit Hawk im ZOM Weil Dann habt ihr eigentlich einen kompletten Spieler Ihr habt dann Er hat dann 83 Antritt, 81 Spendgeschwindigkeit Ist solide Okay Für einen Mittelfeldspieler Er hat 94 Abschluss Und alles andere 99 Schusskraft 99 Longshots 99 Positionsspiel Alles 99 Passspiel und Dribbling Bleibt alles gleich Super Aber Was ihr dann noch habt Ist ihr habt 10 mehr Aggressivität Ja, und das ist wichtig Beim Zweikampf Und ihr habt 83 Stärke 83 Stärke Also Wenn ihr dann quasi Einen kompletten Mittelfeldspieler Der auch übelste Stürmerqualitäten haben Möchtet Ja Irgendwie der Satz hat keinen Sinn ergeben Aber egal Dann ist mit Hawk Dann ist Sigurdsson mit Hawk Glaube ich die beste Entscheidung Da könnt ihr andersrum Nicht viel verbessern Ja, weil 83 Stärke ist wirklich gut Und Es gibt vielleicht noch die Möglichkeit Wenn man ihm Basic gibt Aber dann bricht das halt komplett ein Beim Pace Ja, dann hat er zwar auch 83 Stärke Aber schaut mal Dann hat er 78 Antritt Und 76 Springgeschwindigkeit Dann verbessert ihr zwar Ballkontrolle Und Schusskraft Und Und passen und so Aber come on Der hat schon überall über 90 Ja Das heißt für mich ist Hawk Als Mittelfeldspieler Wenn ihr ihn im Mittelfeld verwendet Die beste Möglichkeit Und wenn ihr ihn als Stürmer verwendet Dann könnt ihr ihm Hunter geben Ja Dann hat er nämlich 99 Finishing Und er ist dann noch Ein Tick schneller Denn Mit Als Stürmer Mit 83 Antritt Und 81 Springgeschwindigkeit Ist dann doch ein bisschen mau Wenn man das vergleicht Mit anderen Stürmern Wenn ihr da Hawk oder Hunter draufklascht Und die haben alle 95 Antritt Oder sowas Ja Also das wäre schon als Stürmer wenig Aber das ZOM Richtig nice Ja Also an sich Muss ich sagen Ist die Karte recht geil zu spielen Ja Man kann sie auch von Anfang an spielen Also ich habe das wirklich gespürt Er war immer da Nur alle 90 Spielminuten Und ich habe das Gefühl gehabt Je länger das Spiel gegangen ist Desto stärker wurde er Ja Desto präsenter wurde er Ich weiß nicht Ob ihr mir zugeschaut habt Im Stream Aber je länger das Spiel ging Desto stärker Weil er eben auch die Ausdauer hat 92 Ausdauer Ja Und durch das Positionsspiel Und so Ist er immer da Wo er sein soll Ja Und äh Also eine sehr empfehlenswerte Karte Auch als Super Sub Eben auch wegen der Ausdauer Ja Was ich aber sagen würde Wenn ihr die Möglichkeit habt Könnt ihr ihn Eben weil er hier Ähm Ähm Premier League Also Spielt bei Swans Jetzt zwar Ja Aber ihr könnt ihn ja gut In ein Premier League Team Mit einbauen Äh Würde ich ihn von Anfang an Spielen lassen Ist eine Karte Die ist nicht zu vernachlässigen Leute Nicht zu vergleichen mit Rudy zum Beispiel Ich finde den noch viel viel besser Ja Ja also Sigurdsson Geht richtig ab Und äh Solltet ihr auf jeden Fall Wenn ihr die Möglichkeit habt Noch erspielen Ja Ist glaube ich noch heute die Challenge offen Oder Wir können ja mal ganz kurz nachschauen Ich bin mir gar nicht sicher Aber ich glaube dass die Challenge heute noch Äh Offen ist So Moment Hier Äh Turnierdetails Genau Also heute gibt es auch keine Teilnahmevoraussetzungen Das heißt wenn ihr die Möglichkeit habt Spielt ihn euch heute Er spielt ihn Leute Glaubt ihr das zahlt sich aus Also das ist eine richtig nice Karte Ja Entweder im Mittelfeld Oder im Sturm Ja Wir können ja auch direkt hier bleiben Also das Soviel zu Sigurdsson Ja Macht mega viel Spaß Testet ihn Und schreibt mir dann auch Oder schreibt direkt ins Kommentarfeld am besten Habt ihr ihn erspielt Und wie spielt er sich bei euch Ja Also insgesamt Hat das auf jeden Fall Bock gemacht mit ihm Wenn man ihn richtig einsetzt Ja Ich hoffe euch hat das Video hier gefallen My Friends Wenn ja Dann zeigt mir das doch bitte Mit einem Daumen hoch 1000 Likes wäre natürlich wieder der Hammer Abonniert meinen Channel Wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt In der Beschreibung findet ihr Meine weiteren Social Media Kanäle Und ja wie gesagt Schreibt ins Kommentarfeld Was sagt ihr Zu dieser Karte Leute Hat er euch gefallen Mir gefällt er ganz gut Ja Das war es für heute Und wir sehen uns Bei der nächsten Ausgabe Tschüss Bis dann Ja Bis dann Bis dann Vielen Dank.